Auf der Basis von Pushkins Klassiker Kiek Dame hat N. Koliada ein originelles Theaterstück geschaffen. Ausgehend von dem Satz Pushkins über die deutsche Herkunft des Hermann schrieb der Dramatiker eine alternative Geschichte über Realität und Illusionen, die sich zwischen dem abstrakten, gelobten Land und der langweiligen, aber dennoch geliebten Heimat bewegte, das sich aus vorwiegen georderbegeisterten Menschen aus Russland, der Ukraine, Kasarstan und anderen ehemaligen Republiken der Sowjetunion zusammensetzt, die in Dresden eine Heimat gefunden haben. Eine Produktion des Musiktheaters Expression.